Hallo Freunde oder Hallo Lieber, ich würde gerne heute einen Tipp über die Safari geben. Letzte Woche bin ich nach Safari gegangen und wirklich haben wir mit den Tieren genesen. Mikumi Nationalpark. Mikumi Nationalpark ist ungefähr 3230 Quadratkilometer. Das Mikumi Nationalpark ist wirklich sehr, sehr schön. Nationalpark, wo man verschiedene Tiere sehen kann. Wir haben zum Beispiel verschiedene Tiere gesehen. Das sind Elefanten, wir haben auch die Impala, wir haben auch die Lore, wir haben die Hippo gesehen, Gnu und so weiter. So, das wirklich, Zebra haben wir auch so gesehen. Impala-Giraffe, das ist immer so gut. Aber wenn jemand das über die Safari fragt, will etwas über die Safari, sag mir Bescheid, Rashman. Kann ich auch etwas sagen oder einen Tipp geben? Das ist die Zebra, siehst du, das ist die schöne Zebra. Das ist wirklich sehr schön. Das Mikumi Nationalpark, das wirklich war sehr, sehr, sehr toll. Ach, das war überrascht bei mir, so viele Tiere, so einsam, das sehen. Das ist wirklich gut. Die Leute oder meine Freunde, die hier in meinem Kanal, die Vorsicht, die Romanin Rashman. Ja, das ist wirklich, ich habe sehr gute Erfahrungen über die Safari. Das ist wirklich super. Schau mal die Lore hier. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Diese Jeep, wir sehen Lore hier vorne geschlafen, siehst du? Das ist wirklich super, 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 super Katze da. Oh, wow, super. Und so was hier noch andere. So, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag über die Safari.